Von der Philosophie war uns von Anfang an wichtig, dass Babys und Kleinkinder nur mit natürlichen Materialien in Berührung kommen. Wir fertigen deshalb in Österreich, weil wir es als sinnvoll empfinden, dass dort, wo die besten Naturmaterialien für den Kinderwagen zur Verfügung stehen, der Kinderwagen auch zusammengebaut wird. Wir sehen uns auch in einer doppelten Verantwortung. Einerseits, dass das Kind sicher und wohlbehütet groß wird, andererseits, dass wir einen lebenswerten Planeten hinterlassen. Die Natur schenkt uns so wunderbare Rohstoffe wie Holz, Kork, Schafschuhwolle und Baumwolle, die wir in unseren Kinderwagen verwenden. Jeder Kinderwagen, der unsere Manufaktur verlässt, geht durch viele Hände, bevor wir ihn auf die Reise zu dir schicken.